Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen zusammengebaut Video. Heute werfen wir erstmalig einen Blick auf Lego Nexo Knights. Das hier ist Gestros Gefährt der Finsternis. Das Set beinhaltet 658 Teile und es gibt hier viele, viele Funktionen, die wir uns allesamt in Ruhe anschauen. Das zunächst das Gefährt von Gestro, der da oben thront. Wir sehen hier die Unterteilung zwischen Rot und Schwarz. Und wahrlich große Räder dürfen nicht fehlen. Da vorne dann kann Sparks befestigt werden und auch wieder gelöst werden. Tja, dieser große Kollege hier, also auch ein Bösewicht. Und hier sehen wir, wie sich vorne das Maul wunderbar bewegt. Also da will man nicht unter die Räder kommen und vorne sieht es auch nicht ganz so lustig aus. Ja, und die Ketten, die rasseln. Hier nochmal in voller Pracht. Und oben dann, ja, da thront der Gestro. Wir sehen gleich noch, wie man entsprechend auch den Thron herabsetzen kann, damit er geschützt ist. In der Mitte dann lässt sich diese Leiter runterklappen und in der Schatztruhe, da ist womöglich ein Buch versteckt, das wichtig ist. Shooter gibt es auch. Dank dieser Technikelemente lassen sich Steine abfeuern und die Klappe hier kann heruntergeklappt werden. Sehr schön, wie sich dann der Sitz entsprechend hochstellen lässt. Das hier ist der Gute. Das ist Lance Richmond. Und er hat sogar noch ein lockeres Augenzwinkern. Dabei hier dann, ja, schon ein bisschen grimmiger, dreinschauend. Und auch die Rückseite ist bedruckt. Sein Gegenspieler ist dann Gestro und auch er hat zwei Mimiken. Ja, beide nicht ganz ohne Hintergedanken, würde ich sagen. Und das Gewand hier, sehr schön mit Löchern, das dieser übliche Stoff, der immer zum Einsatz kommt bei den Minifiguren. Dieses Buch, das ist mysteriös und lässt sich öffnen. Innen drin dann ein flacher Stein. Und das sind die drei Nexo Powers. Damit lässt sich dann in der App noch so einiges anstellen. Sparks ändert mich so ein bisschen an eine Mixelsfigur. Auch hier lässt sich alles dank der Kugelgelenke drehen, wie man das so möchte. Sehen wir hier sehr schön. Also da kann man die Arme verstellen, die Beine. Alles nach Belieben. Und auch mit einem Auge kann man entsprechend was sehen. Hier dann das Hoverpferd von Lance. Auch futuristisch. Das Ganze ist ja ohnehin so eine Art Ritterwelt, die weit in der Zukunft angesiedelt ist. So zumindest mal meine ganz plumpe Auslegung hier des neuen Themas. Und dann rasseln entsprechend wieder die Ketten. Tja, das ist es also. Das neue Lego Nexo Knights Set. Gestrus Gefährt der Finsternis. Das Set ist gut bespielbar. Farblich interessant gestaltet. Sehr facettenreich. Es gibt viele Spielfunktionen. Also das macht durchaus Lust auf mehr. Lego Nexo Knights ist gestartet. Das war der erste Blick. Bis zum nächsten Mal. Frohes Bauen und Tschüss.